Ein Rezept für unsere zweidimensionalen, einfachen Funktionen. Rezept zur Extremwertbestimmung von Funktionen, die Funktionstherme haben, die von zwei Variablen abhängen. Und dieses Rezept besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt setze ich den Gradienten gleich 0. Sätze hat ja nur zwei partielle Ableitungen, die nach x, die nach y. Wenn Sie den gleich 0 gesetzt haben, dann ergeben sich Pärchen von x- und y-Werten, die dazu führen, dass eben diese Ableitung hier 0 ist. Wir hatten bis jetzt in unseren Beispielen immer nur jeweils einen Punkt, der da in Frage kam, aber das muss natürlich nicht so sein. Ich nummeriere die mal durch. Das bedeutet, wir haben dann so ein Pärchen x1 und y1. Der erste Punkt, den, wenn ich ihn hier einsetze, in den Gradienten hier jeweils 0 ergibt, x2, y2 und so weiter. Da gibt es keine Grenzen. Das sind dann schon mal die in Frage kommenden Kandidaten. Wir haben ja gesagt, das ist eine notwendige Voraussetzung für einen Extremwert. Das heißt, wenn Sie die alle ausrechnen, dann geht Ihnen auch keiner durch die Lappen. Es sind sicher die Nullstellen des Gradienten, die Kandidaten für die Extremwerte. Sie wissen nur noch nicht, ob es tatsächlich Extremwerte sind. Statt Kandidaten sagt man auch manchmal kritische Punkte. Das ist schon mal der erste Rezeptschritt. Dann kommt der zweite. Wir bestimmen die Hesse-Matrix und setzen diese kritischen Punkte, die Kandidaten, jeweils ein. Da ergibt sich dann zum Beispiel, exemplarisch nehme ich jetzt mal einen, den ersten hier, x1, y1. Für den ergeben sich vier Zahlen. Diese vier Zahlen, die nenne ich jetzt a, b, c und d. Jetzt kommt der dritte und letzte Schritt. Wir berechnen die Determinante der Hesse-Matrix an diesem Punkt. Bei einer 2-Kreuz-2-Matrix ist es sehr einfach. Das ist a mal d minus b mal c. Hauptdiagonale minus Gegendiagonale. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann jetzt sein, dass a d minus b mal c, also diese Determinante, positiv ist. Wenn diese Determinante positiv ist, was heißt das? Ich blätter nochmal zurück zu unserer Überlegung von gerade eben. Da haben wir festgestellt, dass die Determinante einer beliebigen Matrix gleich dem Produkt ihrer Eigenwerte ist. Das heißt, wenn die Determinante positiv ist, dann ist auch das Produkt der Eigenwerte positiv. In unserem Fall, Lambda 1 mal Lambda 2, das Produkt der Eigenwerte, ich habe ja nur 2 bei einer 2-Kreuz-2-Matrix, ist also positiv. Das heißt, entweder sind beide positiv oder beide sind negativ. Ja, jetzt weiß ich blöderweise natürlich noch nicht, ob beide positiv oder beide negativ sind. Aber jetzt hilft mir, dass die Summe aus den beiden Eigenwerten gleich der Spur der Matrix ist. Und wenn Sie sich jetzt hier die Spur anschauen, also sozusagen die hier zusammenzählen, und Sie kriegen hier was Positives raus, dann wissen Sie sicher, dass die beiden Eigenwerte positiv sind. Wenn da was Negatives rauskommt, sind beide Eigenwerte negativ. Wenn also zusätzlich noch gilt, dass a plus d größer ist als 0, dann folgt daraus, beide Eigenwerte sind positiv. Wir haben einen konvexen Verlauf, also ein Minimum. Und wenn die beiden kleiner sind als 0 zusammen, dann haben wir einen konkaven Verlauf, dann ist das ein Maximum. Der zweite Fall ist, dass die Determinante kleiner ist als 0. Und wenn Sie das wieder in die grüne Eigenwertsituation übertragen, wenn das Produkt aus beiden Eigenwerten hier negativ ist, dann heißt das, die haben unterschiedliche Vorzeichen. Also eins ist positiv, das andere ist negativ oder andersrum. Das hat zur Folge unterschiedliche Hauptkrümmungen. Wir haben dann einen Sattel. Ja, und dann kommt noch dieser gruselige Fall von vorhin, nämlich dass a d minus b c 0 ist. Dann ist einer von den beiden Eigenwerten 0 und dann ist für uns keine Aussage. Also nochmal im Überblick die drei Schritte für unser Rezept zur Extremwertbestimmung. Wir setzen zunächst, müssen wir die ersten partiellen Ableitungen ausrechnen, setzen die beide gleich 0. Das ist wichtig, beide müssen gleich 0 sein. Und dann ergibt sich, gegebenenfalls, muss nicht sein, aber gegebenenfalls ergeben sich dann Kandidaten, die eben genau dazu führen, dass dieser Gradient 0 ist. Die nennt man dann die sogenannten kritischen Punkte. Das sind die möglichen Extremwerte. Als nächstes muss man dann entscheiden, ob es tatsächlich Extremwerte sind. Das heißt, man berechnet die Hesse-Matrix, setzt jeweils diese Punkte ein. Ich habe das jetzt hier nur exemplarisch für den ersten gemacht. Das geht natürlich für den zweiten, dritten und so weiter genauso. Die setze ich hier ein. Ich bekomme vier Zahlen raus in dieser Matrixform, von denen berechne ich die Determinante. Wenn diese Determinante positiv ist, dann habe ich auf jeden Fall ein Minimum oder ein Maximum. Das entscheidet sich dann an der Spur der jeweiligen Hauptdiagonale hier. Und wenn die Determinante negativ ist, dann haben wir auf jeden Fall ein unterschiedliches Vorzeichen in den Eigenwerten, also einen Sattelpunkt.